Hallo liebe Potterheads und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo über die große Welt von J.K. Rowling. Da es aktuell leider keine Neuigkeiten zum kommenden AR-Game Wizards Unite gibt, möchten wir dich heute ein wenig mit Informationen aus der großen Harry Potter Welt versorgen. Aktuell wissen wir leider noch nicht, wie die Geschichte in Wizards Unite aufgebaut wird, ob wir uns im Hogwarts-Kreis oder in der großen Welt aller Zauberschulen bewegen werden. Daher möchten wir dich auf den neuesten Stand bringen, was es mit den anerkannten Zauberschulen Hogwarts und den vier Häusern Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin auf sich hat. Wir wünschen dir viel Spaß mit dem Video. Die Zauberschule Mahutokoro liegt in Japan, genau genommen auf dem höchsten Punkt der Vulkaninsel Minami Ibuyima. Diese liegt 60 Kilometer südlich von Ibuyima und gut 1300 Kilometer südlich von Tokio. Die Schule hat einen sehr guten Ruf, bildet akademisch ausgezeichnet aus und hat ein überragendes Quidditch-Team. Zudem ist sie die kleinste Zauberschule weltweit. In der Mahutokoro-Zauberschule beginnen junge Hexen und Zauberer ihre Ausbildung bereits mit sieben Jahren. In Hogwarts beispielsweise erst mit elf Jahren. Die Schuluniform passt sich der Größe der Schülerin bzw. des Schülers an, wächst mit und ändert die Farbe, wenn der Lehrling in der Bildung voranschreitet. Bei guten Noten färbt sie sich beispielsweise golden. Bei einem Verstoß gegen den japanischen Zaubererverhaltenskodex weiß. Die Zauberschule Wagadu liegt in Afrika, genau genommen im Ruwenzori-Gebirge. Das Gebirge ist mit rund 5100 Metern das dritthöchste Gebirge Afrikas und liegt auf der Grenze zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Uganda. Wagadu ist die größte aller elf anerkannten Zauberschulen und bildet alle Hexen und Zauberer Afrikas aus. Die Schule wurde vor über einem Jahrtausend gegründet und benachrichtigt zukünftige Schülerinnen und Schüler noch immer auf einem einzigartigen Weg, mittels Traumboten. Die zukünftigen Schülerinnen und Schüler werden im Schlaf durch Traumboten über ihre Einladung informiert. Die Schule und die Ausbildung der Hexen und Zauberer hat einen guten Ruf. Im Vergleich zu anderen Zauberschulen ist die Verwendung von Zauberstäben weniger üblich. Schülerinnen und Schülern wird früh beigebracht, ihre Zauber mithilfe von Handbewegungen zu wirken. Eine weitere Besonderheit ist, dass Schülerinnen und Schülern bereits im Alter von 14 Jahren die Möglichkeit geboten wird, animagisch zu werden. Bekannte Animagus-Gestalten sind Elefanten und Geparden. Die Zauberschule Castelo Brocho liegt in Brasilien und ist die einzige Zauberschule, die ein Schüleraustauschprogramm mit Hogwarts anbietet. Die Schule liegt mitten im Regenwald und ähnelt optisch einem Tempel. An der Schule werden Hexen und Zauberer aus ganz Südamerika ausgebildet. Die Schule ist besonders für die Ausbildung in den Bereichen Kräuterkunde und Zoologie bekannt. Die Zauberakademie Bobaton liegt vermutlich in Südfrankreich bei Cannes und gehört zu den drei führenden Lehrinstituten für Hexerei und Zauberei in Europa. Zusammen mit den Zauberschulen Hogwarts und Domstrang organisiert die Schule das Trimagische Turnier. Bobaton konnte bisher 62 Siege einfahren. Der Großteil der Schüler kommt aus Frankreich, gespickt mit Schülern aus Spanien, Portugal, den Niederlanden, Luxemburg und Belgien. Das Domstrang-Institut für Zauberei liegt in Nordosteuropa und gehört zu den drei berühmten europäischen Zauberschulen. Zusammen mit Hogwarts und Bobaton nehmen sie am Trimagischen Turnier teil. Domstrang ist im Vergleich zu anderen Zauberschulen recht klein. Das Gebäude besteht nur aus vier Stockwerken und ist nicht so gemütlich eingerichtet wie beispielsweise Hogwarts. Viele Informationen zur Schule, den Lehrmethoden und Geflogenheiten gibt es nicht, da alles strengster Geheimhaltung unterliegt. Die Ideologie des reinen Zaubererblutes ist in Domstrang sehr stark vertreten. Muggelstämmige Hexen und Zauberer werden daher nicht aufgenommen. In Domstrang werden auch schwarzmagische Anwendungen gelehrt, was jedoch nicht von allen Professoren und Schülern befürwortet wird. Dies resultiert aus der Tatsache, dass der frühere Schulleiter Igor Karkaroff ein Todesser war. Todesser wurden die Anhänger Lord Voldemors genannt. Die Ilvermorny Schule für Hexerei und Zauberei liegt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Genau genommen auf dem Mount Greylock im Bundesstaat Massachusetts. Nach der Gründung im 17. Jahrhundert bestand die Zauberschule aus Kleinhütten, in denen wenige Lehrer eine Handvoll amerikanischer Ureinwohner unterrichteten. Inzwischen hat sich Ilvermorny zu einer großen, redommierten Zauberschule entwickelt, deren Schüler, genau wie in Hogwarts, auf vier Häuser aufgeteilt werden. Haus Donnervogel, Haus Wampus, Haus Gehörnte Schlange und Haus Puckwutki. Die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei ist eine der bedeutendsten Zauberschulen der Welt und befindet sich in Schottland. Die Schule besteht aus vier Häusern, denen jedes Schuljahr die Erstklässler vom sprechenden Hut zugeteilt werden. Das Haus Gryffindor wurde von Godwig Gryffindor gegründet, das Wappen trägt einen goldenen Löwen auf rotem Grund, die Hausfarben sind Scharlachrot und Gold, die Leiterin ist Professor McGonagall und der Hausgeist Sir Nicholas. Es heißt, Gryffindor werden die besonders mutigen Schülerinnen und Schüler zugeteilt. Das Haus Ravenclaw wurde von Rowena Ravenclaw gegründet, das Wappen trägt einen bronzefarbenen Adler auf blauem Grund, die Hausfarben sind blau und bronze, der Leiter ist Professor Flitwick und der Hausgeist die graue Dame. Ravenclaw werden die besonders intelligenten Schülerinnen und Schüler zugeteilt. Das Haus Hufflepuff wurde von Helga Hufflepuff gegründet, das Wappen trägt einen schwarzen Dachs auf gelbem Grund, die Hausfarben sind schwarz und gelb, die Leiterin ist Professor Sprout und der Hausgeist der fette Mönch. Wie man sagt, zeichnen sich die Schüler Hufflepuffs vorrangig durch ihre Bereitschaft aus, fleißig zu lernen und sich loyal gegenüber anderen zu zeigen. Sie stehen für Treue und Gerechtigkeit ein. Das Haus Slytherin wurde von Salazar Slytherin gegründet, das Wappen trägt eine silberne Schlange auf grünem Grund, die Hausfarben sind silber und grün, der Leiter ist Professor Snape und der Hausgeist der blutige Baron. Dem Haus Slytherin werden Schüler zugewiesen, die besonders listig, ehrgeizig und stolz auf ihre magische Abstammung sind. Dem Haus wird nachgesagt, es habe die meisten Hexen und Zauberer hervorgebracht, die zu Lord Voldemort bei dessen erster Machtergreifung übergelaufen sind. Damit wären wir auch schon am Ende unseres Infovideos zu den Zauberschulen der Potterwelt und den vier Häusern Hogwarts angekommen. Wir werden sehen, in welcher Weise diese Invisationheit integriert werden. Hast du eine gute Idee oder einen Wunsch? Dann schreib ihn gerne unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns bei unserem nächsten Video. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.